Es funktioniert so nicht. Ohne Teddy. Wir sollen was schaffen ohne Teddy. Was sollen wir tun? Es geht nicht ohne Teddy. Können wir Knöpfe stapeln, Würfel stapeln wie wir wollen. Und wieder ausdrehen. Teddy. Und wieder ausdrehen. Ich weiß zwar nicht wie das klappen soll. Und noch Würfel. Und wieder ausdrehen. Und wieder ausdrehen. Und wieder ausdrehen. Und wieder ausdrehen. Das hat mich auf die Idee gebracht. Vielleicht können wir... Dann haben wir Y. Dann haben wir irgendwo noch eine E. Und wieder ausdrehen. Ich weiß nicht was das helfen soll. Aber ok. Zurück rein und aufgeben können wäre ja schlecht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir hier eine D finden. Ich weiß nicht. Ach das ist doch traurig hier. Wie soll das gehen? Zahnwürfel. 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 Noch 0. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn E? Und D ist da drauf. Hier noch irgendwo ein D. Das macht doch keinen Sinn. Oh, ich hab noch dieses Foto. Ich hab dieses Foto. Wie Makaber. Aber okay. Wie Makaber. Ich dachte ich könnte den mir jetzt irgendwie mit den Würfeln zurückwünschen oder so. Wie Makaber. Äh, auf den Teddy. Einmal auf Teddy die Arme drauflegen. Ah, wieder raus aus dem Schrank. Alles hat im Schrank stattgefunden. Mami. Das kenne ich bloß nicht deutlich. Fünster rum. So, und. Können wir die hier aus der Waschküche holen oder so. Waschküche war noch hier. Können wir nicht. Hä? Ja, aber die sind Schlüsse. Ein solches Spielzeug, was wir in unseren Träumen gesehen haben. Äh, die einzelnen Sachen. Die Mente hier im Schrank. Puzzleteile. Nicht weinen, Mami. Böse Flasche. Böse Flasche. Weg damit. Okay, was haben wir hier gemacht. Weg damit. Ganz böse Flasche. Was ist doch der Karte? Einen, was wife gehört? Hade dich abhalten. Dankeschön. Was? Nein,ías, dankelaughs und anticuer vị. Damit er nicht so gut ist. Mami, bleib bei dir, nicht traurig sein, aber ich will nicht daraus, ich will bei Mami bleiben, nein, nicht, gehe nicht ins Licht, na gut, ich muss wahrscheinlich, in der Mitte des Lichs. Hi there little one, come here. Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry, we'll fix it up. Was soll denn das für ein Ende sein? Jetzt wollen wir der Mutter weggenommen, Ende gut, alles gut. What? Und das sind die Credits, das sind die Leute, die dran schuld sind, wie ich immer so schön sage. Der ist hier veranstaltet dran. Jetzt haben wir hier blendende weiße Credits. Okay. Jetzt schon die Special Thanks. Kurze Credits wären das. Und das ist ein anderes Special Thanks. Ja, danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Und gerne nicht wieder. Ah ja, die Unterstützer, die unterstützen, das sind alles A's. Okay, das wird ein bisschen länger. Alles die mit A. Okay. Ja. Ich bin wirklich kein Horror Fan, nicht so wirklich. Das ist. Ja, das war es jetzt auch erstmal mit. Für eine Weile mit Horror. Ja. Der Monat Oktober ist vorbei. Ja. Ja. Okay, die Credits dauern noch ein bisschen. Das sind dieses Portal mit Buchstaben A. Und dann können wir mit dem Buchstaben B. Das wird jetzt hier noch eine Stunde dauern. Die Credits wahrscheinlich. Ob hier irgendwo noch eine Telefonnummer oder eine Ne-Mail-Adresse drin steht. Outlast als nächstes. Ja, nein. Ich meine, ich sage niemals nie, aber... Ich denke nicht, dass es das ist, da bin ich nicht so, da werde ich nicht wirklich das so, nicht freiwillig werde ich das spielen. Nur bei Mortis Leiche, ja was. Ja, das war Among Disleap, die Credits für den Unterstützer sind länger als die Credits mit den Entwicklern drin, aber gut, sind mehr Unterstützer als Entwickler. Das ist bei D, und ich kann die Credits nicht überspringen. Das sagt mir nix, Morti, Add Dead of Night, das sagt mir nix. Nein, dieses Game gab es kostenlos auf Epic Games, deswegen habe ich es mal angetestet, habe es mal gespielt. Da gab es noch dieses eine Spiel, vielleicht können wir es auch irgendwann mal spielen. Was jetzt neulich jetzt im Oktober ein Gratis gab, das weiß ich nicht. Mal schauen. Ich habe auch noch andere Spiele, die gespielt werden können. Das wird Morti freuen zu hören. Könnte durchaus dem nächsten Mal kommen, ich bin mir noch nicht sicher wann ich da, ob ich das jetzt noch ein bisschen aufschiebe oder ob ich das gleich jetzt im Anschluss oder irgendwann mal spiele, ja dieses, wie hieß denn das noch gleich, das fällt mir der Name nicht ein. ein Ding ist halt, wo ich dein, dein, dein nicht Fortnite, das andere, das andere, wo du ein Fan bist, wo du mich dazu überredet hast. So, ähm, dieses, wo du diese Gangster-Typen spielst, wo der mit, wo der, komm, Morti, lass mich jetzt nicht hängen, du weißt das, ja dieses, wo dieser, wo dieser, eine lebende Spiel ist, wenn ich jetzt Epic Games offen hätte, könnte ich jetzt nachgucken. Habe ich offen, aber, dann bin ich jetzt direkt in den Credits. Ne, auch nicht Genshin Impact. Wie hieß die Scheiße? Sane 2. Ich weiß schon, ah ja genau, Sane 2. Oh, Jonas R14 hat einen hinteren Namen, okay. Was macht den besonders? Er ist abgehankt. Hm, ziemlich lange Credits für ein Indie-Game. Wir haben halt viel unterstützt, ja. Jetzt, da kommt Karl Marx, hat auch unterstützt, der war auch dabei, er hat auch sein Geld, sein Kapital dazugegeben, zum, zur Finanzierung dieses Spiels. Na klar, wer sonst? 100% Geekstarter Leute, ja, Karl Marx hat auch mit finanziert über Geekstarter, aber ja, hat sein Kapital dazugegeben. Ja, der Witz wird nicht besser, wo man ihn wiederholt. Ja, sonst so, ähm, Ja, die Frage ist jetzt, einmal hätte ich jetzt mal, als Angebot kannst du jetzt, Mutti, und auch alle anderen, die jetzt im Steam sind, könnte ich mal im Chat einmischen. Aber Gronkh schon, der ist safe dabei. Äh, wir sind jetzt bei L. Ähm, G. Ähm, ja, wenn dann, wenn er, E oder G, Erik Range oder Gronkh, das ist, weiß ich nicht. Wenn du zu blöd zum, zum, zum Alphabet, zum Alphabet, zum, zum, zum Buchstaben, wecken das eigentlich nicht, bin ich, bin ich ja der Einzige, oder wenn du halt einfach, wenn du immer, wenn, 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 immer noch, wenn du halt, wenn, wenn, wenn du ein Buchstaben im Alphabet suchen willst, und dann erstmal das ABC-D-Zinkst, am Kopf, das ist noch so, also, 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 okay, da, H, B, C, D, E, F, G, H, H, J, K, M, N, O, P, ist das nur, weil ich so blöd bin, oder, ja, ja, die Frage ist jetzt, die Frage ist jetzt, die Frage ist jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, Umfragen kann ich noch nicht, also, ich wüsste zumindest nicht das Tool, wo man das macht, da bin ich zu unfähig für, so, aber, die Frage wäre jetzt, ich meine, ich weiß, ich weiß, was du willst, Modi, aber, Sains war als nächstes, oder, ja, ich habe ihn jetzt auch auf Steam gekauft, jetzt fehlt mir der Name schon, ich bin heute irgendwie, es ist Freitag am Abendag, es ist, was erwartet ihr, dass ich mich hier an Sachen erinnere, ähm, die von Daedalic, ein sehr altes Spiel, wenn du nicht weißt, wie es heißt, dann schreib es einfach, dann können die Daedalic, mit M, 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 Memoria, Memoria war es, wollen wir jetzt Memoria spielen, oder, also jetzt nicht, aber das ist dann als nächstes Projekt, als, als Nachfolgerprojekt, nächste Woche, wäre dann glaube ich schon, sogar schon Montag, ja, es geht um den Montag Kandidat, was soll ich Montag spielen, das ist die Frage, Modi, Memoria, oder Sains War, machen, worauf du mehr Lust hast, prinzipiell hätte ich auf beides Bock, sonst würde ich es nicht vorstellen, als Projektor, ja, hm, Sains War wollte ich mir eigentlich, hatte ich ursprünglich eigentlich vor, das mir für später aufzählen, dass mir eigentlich das, das wollte ich, ich habe nämlich schon einen Letztest aufgenommen, ich habe einen Letztest von Sains War aufgenommen, und das wollte ich vorher auf YouTube bringen, das kommt Januar, Anfang, Mitte Januar kommt das auf meinem Kanal, das Letztest, was ich aufgenommen habe, und dann, deshalb würde ich, ich würde es mir eigentlich noch aufgeben, dass dann, ich meine, in meine, meine Streaming-Projekte, die ich jetzt, in Parts schneide und hochleide, ich komme eh erst, ich glaube, ich habe jetzt neulich ein, jetzt mal ein bisschen aus, wo war gerade hier eh eine Quelle, dann mal ein bisschen aus dem Nähkasten geplaudert, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, jetzt für, ich glaube, ich bin schon im Oktober, Oktober, November 2023, 2023 noch nicht, aber Oktober, November glaube ich, so 2022 sind jetzt so die Parts, die ich hochlade, das ist ordentlich, also Steam-Projekte, also ihr könnt euch darauf verlassen, dass 2022 auf YouTube noch, ich meine, wenn ihr das jetzt hört, das ist wahrscheinlich, Frohe Weihnachten wahrscheinlich, vor Weihnachten 2022, irgendwie so in dem Dreh, dann, ich glaube, ich glaube, Amundas Dieb haut schon so fast um die Halloween-Zeit rum, also Halloween 2022, so, dieses, wird das hier auf YouTube hochkommen, also, es lohnt sich mal, in die Streams vorbeizuschauen, da, und habt ihr nicht so eine Verzögerung, dann ist die Frage, hast du nächsten Freitag Zeit, für Pen & Paper, was Jahr wäre Memoria, die denkbar schlechteste Wahl, die es gibt, wieso das, also Freitag, meine Streamtage sind eigentlich Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag, das sind meine Streamtage, aber, wir können natürlich auch Pen & Paper streamen, das ist natürlich auch möglich, also, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, ja, dann ist das, dann, machen wir den Termin jetzt aus, dann, ich habe meinen Streamplan für nächste Woche, es ist erst Freitag, ich mache meinen Streamplan an Sonntag, also, wenn du jetzt kommst und reservierst, und sagst, Freitag Pen & Paper, dann, ja, exakt die Story, das will ich dann nicht streamen, also, wenn wir dann, exakte Kopien sind, finde ich, bin ich kein Fan von, darf ich dann nicht mitspielen, so, Plagiate, will ich jetzt hier nicht, will ich jetzt hier nicht liefern, das ist, also, wir haben jetzt hier noch, was Geschichte fortsetzen, als ob, ach so, das Ding, da waren wir ja, ist das Finale nochmal, aber so eine kleine Kennenlernrunde, Charaktervorstellungssache, also, ich würde jetzt hier gerne nochmal, ins Museum, hier im Museum, gibt es hier, hier im Museum, da wollte ich mich nochmal umschauen, Caragando, was soll man das heißt, heißt wahrscheinlich, sowas wie Laden oder so, können wir, können wir, können wir, gleich, drüber reden oder, oder, nachher nochmal, morgens Podcast, dann können wir, notfalls, im Nachhinein, müssen wir vorher besprechen, ob die Probleme, also, wenn, wenn ich da schon mitspielen würde, würde ich dann, ich würde schon, würde schon gerne streamen. nachher 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 probesение- nicht nur bist du ab. die richtige noch in der KüTheorijs Wirküren auf». Untertitelung des ZDF, 2020